Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von SchafTV. Ich bin die Sarah von Schaf Production und in dieser Folge werde ich eine Geburtstagskarte stempeln mit Stempelhilfe Günther. Du kannst hier schon ungefähr sehen, was ich alles liegen habe. Unter anderem den Schriftzug Happy Birthday und es soll eine Geburtstagskarte werden und das wird am Ende darunter gesetzt. Aber das eigentliche Highlight dieser Karte wird nicht der Schriftzug sein, sondern ein selbstgestalteter Blumenkranz aus Pusteblumensamen. Ich habe zwei verschiedene Stempelmotive dafür ausgewählt. Zum einen der doppelte Pusteblumensamen, der war Teil von Meltybox, die Winteredition in 2022. Und dann noch den Mini-Stempel, den es auch so in meinem Shop gibt. Und beides kombiniert sieht einfach total super aus, weil sie auch unterschiedliche Größen haben. Gestalten werde ich die Karte komplett in der Farbe Blau. Du kannst hier schon die Stempelfarben sehen, die ich mir bereitgelegt habe. Aber die sind alle von Versamagic und zwar das Ocean Death, das Alien Blue und das Aston Mist. Und Stempelhilfe Günther unterstützt mich dabei, einen exakten Kreis zu kreieren. Ich habe mir hier die größte Größe ausgesucht. Das sind 7 cm. Die passen also super auf eine normale DIN A6 Karte drauf. Und indem ich die Schablone einfach immer ein kleines Stückchen weiter drehe, kann ich somit diesen Kreis kreieren. Ich rechne mir hier auch gar nicht großartig die Abstände aus, sondern gehe einfach nach Augenmaß. Ich sehe ja immer, wie weit ich den Kreis weiter drehe und was von der Pusteblume noch da ist. Und da ich den Stempel eh in der Hand immer etwas drehe, dass er nicht gleich abgestempelt ist, sondern unterschiedlich, sodass es ja wie ein schöner Kranz am Ende wirkt und nicht zu unnatürlich ist, ist das auch gar nicht so schlimm, wenn man das einfach, ja, so per Augenmaß macht. Mit dem größeren Stempel, den doppelten Pusteblumensamen, habe ich mir jetzt erstmal einen Grundkreis geschaffen und nehme nun den Mini-Stempel zur Hand und gehe damit einem anderen Blau in die Zwischenräume rein. Und ich drehe das auch immer so, dass es quasi nicht im gleichen Segment in die gleiche Richtung zeigt, sondern so wirklich schön durcheinander ausschaut. Da kannst du am besten vorher immer schauen, wie rum du den Stempel halten musst, sodass das am Ende so einen schönen, kontrollierten, durcheinander wirkenden Kranz ergibt. Zusätzlich verwende ich jetzt noch drei verschiedene Mini-Stempel. Das ist einmal der Mini-Punkt, einmal der Mini-Punkt-Outline und die Mini-Farbsplatte. Da gehe ich einfach noch mit verschiedenen Blautönen in den Kreis rein und schaue, wo vielleicht noch eine freie Stelle ist und stempele das dann dort ab. Das sollte aber noch nicht das Ende des Kranzes gewesen sein, denn ich möchte ein richtig schönes, tolles Highlight schaffen, das i-Tüpfelchen sozusagen und werde das Ganze noch mit blauer Transferfolie veredeln. Dafür benutze ich den Sakura Quickie Clou und zeichne einfach kleine Punkte damit. Natürlich ist es wichtig, dass das lange genug trocknet, deshalb mache ich in der Zwischenzeit dann erst einmal den Stempelabdruck Happy Birthday. Das mache ich übrigens mit Stempelhilfe Olaf, den kennt ihr bestimmt schon ganz gut, wenn ihr mir eine Weile folgt, denn damit kann ich mir ein Stempelmotiv exakt positionieren. Einmal auf die Folie abstempeln, Folie auf die Karte halten, schön ausrichten, dass es mittig und gerade ist und dann mit Hilfe von Olaf den Stempel an der gleichen Position wieder abstempeln. Mit Hilfe von Olaf bekommst du wirklich jeden Motivstempel exakt gerade ausgerichtet, egal ob Holzstempel oder Clear Stamp. So und wenn dann der Klebestift in dem Kranz gut getrocknet ist, du kannst es wirklich locker 20 bis 30 Minuten trocknen lassen, dann kannst du die Transferfolie anschließend übertragen. Ich habe das jetzt hier auch mal gemacht und somit richtig schöne kleine Highlights damit geschaffen und die ganze Karte nochmal zu einem richtigen Hingucker gemacht. An sich passiert ziemlich viel auf der Karte, aber trotzdem ist alles noch ordentlich und strukturiert und geordnet. Erzähl mir super gerne in den Kommentaren, wie dir diese Karte gefällt und ob du das auch einfach so mega findest, dass man seine eigenen Kreise und Kränze mit Stempelhilfe Günther kreieren kann. Ich bin ganz gespannt auf jeden Fall, was du dazu sagst. Und im Anschluss verlinke ich dir auch nochmal ein Video, da habe ich ebenfalls schon mal was mit Stempelhilfe Günther geschaffen, aber das Ergebnis sieht ganz anders aus. Schaut dort also auch gerne vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017